Hallo, nach der sogenannten Bild-Zeitungs-Kehrtwende, jetzt auch die Kehrtwende in Sat.1 im Frühstücksfernsehen. Sat.1 Fernsehsender, der berühmte Boris Palmer, grüner Bürgermeister, ich glaube Freiburgs, ja, er sagt, als hätte er, also quasi als hätte er unsere Sendungen geschaut, die, wo wir das seit Wochen ja auch schon angedeutet haben, als einzige und erste natürlich, wie fast immer. Ja, wir retten Menschen, sagt er also, wird mehrfach zitiert in verschiedenen Varianten, welche stimmt, weiß ich jetzt nicht. Wir retten Menschen, die möglicherweise sowieso bald sterben. Er kritisiert die Corona-Maßnahmen scharf. Nochmal, wir retten Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Ja, das ist doch immerhin, sickert also irgendwas durch, ja, ich will nicht hoffen, also er wird das wahrscheinlich nicht unsere Sendungen geschaut haben, aber eben, die Wahrheit lässt sich halt in manchen Dingen nicht aufhalten. Und dann haben wir in den großen Medien bei Phönix, immerhin ja auch ein teilweise nachdenkliches Medium, ja, bei Phönix sozusagen. Und dann sagen, Augstein und Blume diskutieren immerhin schon mal kontrovers über Maßnahmen, ja oder nein und so weiter. Also das ist auch schon ein Fortschritt. Also so diese Mauer, das, es gibt nur eine Wahrheit sozusagen, oder es gibt nur eine Sichtweise, eine akzeptable Sichtweise, das ist nicht mehr ganz so betonfest wie bisher, ja. Ja, dann kann man sagen, auch in der Welt, also Welt ist ja wohl auch eines der Großmedien Deutschlands, ne. Professor Homburg kommt in der Welt und spricht dort auch Klartext zu der überschätzten Gefährlichkeit und zu der, ja, also der Möglichkeit, dass wir eigentlich jetzt schon längst aus den Maßnahmen raus sein könnten, ja, ohne das, was Großes passiert. Ja, und das ist ja eben der Punkt, ja, das ist, was haben wir davon, wenn wir Menschen, die möglicherweise sowieso in einem halben Jahr tot wären, deren Leidenszeit jetzt einfach nochmal künstlich verlängern und sozusagen deren Sterbeprozess noch weiter dahinschleppen sozusagen. Das bringt zwar Geld für die Ärzteschaft und die pharmazeutische Industrie, aber das bringt für den Glückshaushalt der Gesellschaft nichts, vor allem wenn man auf der anderen Seite die ungeheuren Glücksverluste und Lebensqualitätsverluste auf der anderen Seite sieht. Ja, auch sogar Ärzte fangen jetzt an, kritisch zu werden. Ja, warum? Weil es natürlich einen Konflikt gibt zwischen den Ärzten, die Geld verdienen müssen in den Krankenhäusern und so weiter und der pharmazeutischen Industrie, die Geld verdienen muss über Impfkampagnen und den Verkauf von Impfungen und Tests, ja. Und dieser Gegensatz ist jetzt auch aufgetaucht, nämlich, dass jetzt die Ärzte anfangen zu ahnen, ja, die Corona-Hypochondrie, wie ich sie genannt habe, ja, dass Hypochonder sind also Menschen, sogenannte eingebildete Kranke, die aus jeder Mücke, die sie an sich spüren, einen Elefanten machen und übermäßig ängstlich bezüglich Krankheit und Viren und Bakterien und jedem kleinen Zwicken sind. Also die Corona-Hypochondrie, wie ich sie genannt habe, ist einerseits halt gut fürs Pharmageschäft, aber nicht für das Medizingeschäft, ja. Die Leute meiden aus Angst, aus der Corona-Hypochondrie, mit der ja die Bevölkerung angesteckt wurde, erfolgreich angesteckt wurde, meiden die Praxen und Kliniken und das verdirbt natürlich auch den Lebensunterhalt der Ärzte und Kliniken, ja. Also, und deswegen jetzt natürlich die übliche Strategie, die Ärzte warnen jetzt so ein bisschen, so im Probtenor ungefähr so, als würden sie sagen, ihr werdet alle sterben, ohne uns kommt schon her, damit wir weiter arbeiten und verdienen können, ja. Das ist ja auch ganz verständlich innerhalb deren eigener Logik, ja. So, das war das. Und jetzt wieder ganz kurz nach den oberflächlichen Nachrichten wieder ein ganz kurz der Tiefgang, ja. Warum haben die NextScientistsForFuture.de eine solche Skepsis gegenüber dem Aberglauben unserer Welt sozusagen? Weil sie sagen, ja, unser Grund Aberglaube ist, dass die Menschheit nicht erkennt, wie lebensgefährlich die Marktwirtschaft ist, jede Form der Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall, der ja der Chefideologe der freien Marktwirtschaft in Deutschland ist, egal. Deswegen nur ganz kurz wieder ein Beispiel oder ich bette es mal ein in die Gesamtgeschichte, ja. Also, sagen wir vor 13 Millionen Jahren Menschen, Gorilla-artig, ich nehme wieder unser schöneres Bild hier. Also, ich bin jetzt hier so vor 13 Millionen Jahren in der Geschichte, waren unsere Urgroßeltern sozusagen eher Gorilla-artig, haben eher wahrscheinlich in Harems-artigen Zusammenhängen gelebt, mit großen Eckzähnen bei den Männern, riesigem Körpergewicht bei den Männern und winzigsten Geschlechtsorganen, denn sie haben ja die Rivalen sozusagen durch Gewalt vertrieben und da reichen dann auch winzige Geschlechtsorgane zur Befruchtung des Harems sozusagen, ja. Und dann sozusagen spätestens vor vier Millionen Jahren waren unsere Urgroßeltern umkonstruiert zu eher Bonobo-ähnlicheren Lebewesen, wobei wir sogar bis dahin die Eckszene, die großen Eckszene total verloren hatten. Das heißt, wir haben die Gorilla-artige Lebensform gewechselt zu einer Kommunen-Lebensform, einer eher kommunistischen Lebensform der Gruppenehe sozusagen. Und das heißt, dass wir keine Rivalenkämpfe mehr durchführten. Dadurch gingen dann auch die Körpergrößeunterschiede zwischen Männern und Frauen weitestgehend nach und nach zurück. Schon auch vor zwei Millionen Jahren spätestens dann war dann auch dieser große, riesige Körpergrößenunterschied zwischen Mann und Frau verschwunden. Werkzeuge und Waffen wurden ja erst als Steinmesser und Steinexte vor 2,5 Millionen Jahren erfunden, sodass wir vor vier Millionen Jahren klare Anzeichen haben, dass wir unsere Sozialform geändert haben müssen. Sonst hätten wir die Eckszene und die Körpergröße nicht aufgeben können, den Körpergrößenunterschied. Man nennt das Geschlechterdimorphismus, die Zweigestaltigkeit der Geschlechter wurde reduziert sozusagen. Und gleichzeitig wuchsen die Geschlechtsorgane drastisch an. Bei den Bonobos und bei uns sind sie riesig. Und weil nämlich jetzt eine Spermakonkurrenz-Situation hergestellt wurde, die Körper der Frauen entwickelten den Orgasmus-Ansaugreflex. Ob sie den schon vorher hatten, wissen wir nicht so genau. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein Paarungssystem, das so funktioniert, dass die Männer, die Vorfahren unserer geliebten Milliardärskönige, die Vorfahren unserer geliebten Milliardärskönige sozusagen schenkten alles den Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommune und dadurch entstand keine Akkumulation und keine Macht sozusagen, sondern einfach nur Liebe in den Kommunen und alles wurde geschenkt an die Kommunenmitglieder. Es gab keine Spaltung zwischen Arm und Reich. Alle waren glücklich und zufrieden. Und dann hatten wir die Hochzeit vor 400.000 Jahren wahrscheinlich die glücklichste Phase der Menschheit. Später Homo erectus nennt man diese Zeit. Ja, kurz vor der Entstehung des Homo sapiens. Und der Homo sapiens ist wahrscheinlich, sollten wir eher als Homo mercator benennen hier. Denn der erfindet plötzlich die Marktwirtschaft und die Frühform der Marktwirtschaft ist der Tauschhandel. Irgendwann erfunden zwischen 400.000 Jahren bis 140.000 Jahren vor unserer Zeit. So alt ist also schon die Marktwirtschaft und ein Schluck Wasser, sorry. Und da tauchten dann zum Beispiel, ich mache nur ein Kurzbeispiel, die ersten Frühhändler und Frühärzte irgendwann, Frühärzte wahrscheinlich etwas später, obwohl es auch Hinweise gibt, dass das schon vor 170.000 Jahren begonnen haben könnte. Na gut, Professor Friedemann-Schränk liefert uns ja da Daten dazu aus der Paläoanthropologie, die da Hinweise sein könnten. Und das heißt also, dass die Frühärzte und Frühhändler, also hier dieser, lebt noch in der Wahrheit und sagt, ja, also toll, wie ihr toll in den Kommunen schmust und so viel Sex habt und euch alle liebt und wie die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, alles was sie finden an Nahrung und so weiter. Und wie ist doch herrlich, diese matriarchale, urkommunistische, ursozialistische Lebensweise, herrlich, paradiesisch, ja. Und dann ernährt ihr euch alle nur von naturbelassenen Dingen, herrlich, gesund, das stärkt euer Immunsystem, da braucht ihr mich als Frühheiler kaum. Und ich verkaufe euch als Frühhändler auch nur diese naturbelassenen Sachen und warnen euch vor den krankmachenden, denaturierten Dingen, die diese modernen anderen Händler und Frühärzte jetzt überall verbreiten. Ich warne euch vor diesem neumodischen Quatsch, das macht euch nur krank. Also der lebt in der Wahrheit. Und dann kommt aber irgendwann nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, das unser Universum total beherrscht, muss irgendwann auch ein sich irrender Früharzt und Frühhändler auftauchen. Und der sagt, nein, ihr könnt ruhig meine denaturierten Nahrung essen, die ist genauso gesund, die schwächt euer Immunsystem gar nicht. Nein, gar nicht. Ich bin tief überzeugt davon. Der glaubt das wirklich, was er sagt, denn es ist nur ein Irrtum. Es hat niemals eine Verschwörung stattgefunden. Es sind einfach nur Irrtümer, an die Menschen glauben. Und Irrtümer töten uns. Gewinnbringende Irrtümer. Und dann sagt dann auch der Früharzt in ihm, sagt dann auch, nein, ihr braucht einfach nur meine Impfungen. Also warum ihr krank werdet, hat nichts mit meiner Nahrung zu tun. Sondern ihr braucht einfach nur viel mehr Impfungen, Impfungen, viel mehr Operationen, viel mehr Tests, viel mehr Bestrahlung, viel mehr Chemotherapien und so weiter. Und die Leute, er überzeugt die Leute und die Leute, die er überzeugen kann. Und außerdem sagt er dann auch noch, naja, euer kommunistisches Leben mit all dem Geschmuse ist ja widerlich und außerdem krankheitserregend und infizierend. Damit solltet ihr schleunigst auffallen. Das ist ja unkeusch und unmoralisch. Und wir wissen ja, dass die Menschheit diesem Gebot gefolgt ist. Die Menschheit ist ja das verklemmte Tier schlechthin auf der Erde. Niemand hat so viel Angst vor Sexualität und Körperkontakt wie die Menschheit. Also sind diese gewinnbringenden Irrtümer, haben nämlich dazu geführt, dass eben die Leute dadurch immer häufiger esssüchtig, konsumsüchtig, später Alkohol- und Zigarettensüchtig wurden, die Erde auch klimamäßig kaputt zu konsumieren begannen, durch Raubbau an der Erde sozusagen. Und diese Konsumsucht führt natürlich dann in massenhafte, immer wieder auftauchende neue Erkrankungen, die dann dieser Früharzt und Frühhändler gewinnbringend abkassieren kann sozusagen. Und dadurch kann er eben hier schon mal zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel, Ururenkel und so weiter ernähren. Und daraus entsteht eine Großfamilie der Medizinprofessoren und Händler, die uns alle ihre gewinnbringenden Irrtümer ausgebreitet haben. Und selbstverständlich glauben wir deren Hypochondrien, deren übertriebene Ängste und und. Also das, was die Ärzte selber glauben, übernehmen wir, weil wir sie für Experten halten. Dabei gibt es unter Bedingungen der Marktwirtschaft eben keine Experten, weil sie alle voll sind mit gewinnbringenden Irrtümern, fast alle. Denn dieser hier hat einen schweren Stand, kann immer nur wenig Kinder erleben. Und immer wieder, und hier diese Familie stirbt dann aus und muss ihre Wanderpraxis und Wanderhandel schließen, weil sie zu sehr in der Wahrheit lebt, ist nicht konkurrenzfähig, wird von der hier aus konkurriert. Aber es gibt immer wieder mutige Ärzte, die wie jetzt 120 Ärzte und Wissenschaftler haben sich neben den NextScientistsForFuture.de auch wahrheitsgemäß kritisch geäußert, haben gesagt, wir glauben diese Hypochondrie nicht. Auch Dr. Medgerd Reuter ist jetzt wieder aufgetaucht in diesem Konzert, der, die sagen, ja irgendwas stimmt mit unserer eigenen Medizin nicht, da ist was falsch, in diesem Fall die Hypochondrie ist falsch und die Daten sind falsch und die NextScientistsForFuture.de sagen, na ja, marktwirtschaftliche Medizin muss immer falsch sein. Da gibt es keine Alternative. Wir müssen die Wohlfühlstimme zum Beispiel einführen, sodass dann derjenige, der hier viel verdient durch seine gewinnbringenden Irrtümer, dass die gewinnbringenden Irrtümer durch die Wohlfühlstimme umgekehrt werden zu verlustbringenden Irrtümern, sodass er dann nachdenkt und seine Irrtümer aufgibt und sich ändert und dann von diesen hier lernt und dann ein wahrheitsorientierter Arzt und Händler wird, ein moderner wäre das dann in dem Fall, und dann eben eine wahrheitsorientierte Medizinprofessorin-Dynastie begründet. Das ist ganz einfach der Weg. Deswegen unten in der Infobox ist ja der Link zu NextS4F.de. Da finden Sie den Einstieg in die Welt der Wahrheit. Das heißt also, ohne Beendigung der Marktwirtschaft sind alle unsere Systeme so voll von Unwahrheit, dass wir alle infiziert sind mit Viren des Geistes, mit unwahren Irrtums Viren des Geistes. Und deswegen ist alles, was jetzt abläuft, ganz normal. Wir werden geschädigt. So, und jetzt müssen wir hier einfach nur die Wohlfühlstimme oder ähnliche Maßnahmen. Die NextScientists4Future.de haben ja hunderte Konzepte einführen. Und dann wandelt sich wieder alles. Also wir werden jetzt, die wir alle, auch unsere Milliardärskönige, wo sind sie, wo ist unser Milliardärskönig? Wir sind alle lebensqualitätsberaubt, lebensfreudeberaubt, gesundheitsberaubt und langlebigkeitsberaubt, wenn man davon ausgehen muss, wie Professor Sven Völpel, dass wir ungefähr eine natürliche Lebenserwartung von eigentlich 127 Jahren haben. Und wofür ja auch die Blue-Zone-Forschung immer viele Hinweise geliefert hat. Ja, das bedeutet also, wir kommen dann wieder zurück und wieder, dann fangen einige Menschen freiwillig an, wieder in Kommunen, also rund um die Hausarzt-Gesundheitskommunen, die dann neu entstehen mit der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten als Messgröße, sozusagen werden rund um die Hausarztkommunen dann die ersten echten Kommunen entstehen, die werden dann die Milliardärskönige einladen, die geliebten Milliardärskönige doch mal zu Gast zu kommen mit ihren Familien und wenn dann die ganzen Familien von diesem liebevollen Kommuneleben fasziniert sind und dann alle Milliardärskönige nach und nach sich irgendwelchen Kommunen anschließen, dann sind wir wieder in dem glücklichen Zustand vor 400.000 Jahren, angereichert mit einigem an Technik, von dem wir vieles nicht mehr brauchen, aber einiges weiter benutzen werden und vor allem werden wir 500 Milliarden Euro pro Jahr jährliches Plus haben, denn dadurch, dass ja uns die Marktwirtschaft, zum Beispiel alle diese marktwirtschaftlichen Systeme, also auch die marktwirtschaftliche Medizin, ja uns nicht mehr, nicht alle Mitarbeiter der Industrie zum Beispiel chronisch krank macht und mit ihren Irrtümern in der chronischen Krankheit festhält, werden wir also eine total kerngesunde und glückliche Bevölkerung werden, die wirtschaftlich x-fach leistungsfähiger ist und das bringt uns in der Summe über alle Systeme, alle reformierten Systeme hinweg, dann die in Aussicht gestellten ca. 500 Milliarden Euro jährliches, dauerhaftes, konstantes Wirtschaftswunder, aus dem wir heraus natürlich auch Greta Thunberg und Fridays for Future den Kohlestopp 26 finanzieren könnten und 900 Milliarden Euro, sieben Jahre Plan fürs Klima, leider wollen die den bisher noch nicht, also insofern ist das, unsere Welt ist halt verrückt durch und durch, die wollen lieber irgendwas Verrücktes oder anderes, kein Mensch Weißes. Ja und so, dann wären wir wieder im Paradies, das heißt in dem Paradies, was DNS erlaubt, DNS ist ja nun mal leider unsere Grundsubstanz sozusagen und die erlaubt kein totales Paradies, kein Schlaraffenland, das wird immer bei den Bonobos, um das noch einmal zu sagen, auch bei den Bonobos, mit all ihrer Schenkerkultur und so weiter, besteht natürlich ein Leistungswettbewerb, weil natürlich den Zugang zu den Eizellen der Frauen nur diejenigen Spermien, am jen, derjenigen Männer bekommen, die den Frauen und Kindern die größten Geschenke machen. Alle sind irgendwo sexuell befriedigt, aber die einen ein bisschen mehr als die anderen und auch dort gibt es Unterschiede, Ungleichheit und Wettbewerb und Leistung und so weiter. Das lässt sich leider zur Enttäuschung aller Linksradikalen nicht aus der Menschheit entfernen, denn die Menschheit ist nichts anderes als der dritte Schimpanse und wir können nur eben sozusagen noch viel glücklicher, noch viel kooperativer, noch viel sozialistischer als die Bonobos leben, aber immer mit Leistung, mit Marktelementen, mit Wettbewerbselementen und Leistungselementen. Wer das nicht will, will ein zerstörtes Europa und will den Niedergang Europas, weil er ein falsches Naturbild, ein falsches Menschenbild und so weiter hat. Ja, so viel zu unserer jetzigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Bis später. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.